Staunen können die knapp 1200 Nachwuchsforscher, die die Kinder- und Jugendwochen bis 22. Mai bei B. Braun erleben. Die Jungen und Mädchen aus Melsunger Kindergärten und Schulen gehen ihrem Vorstrang nach und lernen mit Schwung. Was steckt eigentlich in einem Filzstift? Die jungen Forscher finden es selbst heraus. Und sie staunen, was die Sonne alles antreiben kann. Feuer und Flamme waren die Kinder bei der Werksfeuerwehr. Sie überwandten Hindernisse, drehten große Schläuche auf und löschten den Brand. Mit vollem Einsatz.